Während der Aufnahmen für dieses Video ist mir noch eine Idee aufgekommen, was ich euch noch zeigen könnte. Und ich hätte gerne eure Meinung dazu, aber nähere Informationen gibt es dann hier direkt in dem Video. Also bleibt dran. Hallihallo Freunde, heute geht es darum, dass ich mit Oskar zum TÜV fahre. Und ich dachte einfach, ich kann euch da auch mal mit hinnehmen. Also dort werde ich nicht viel aufnehmen. Das ist glaube ich nicht so angebracht. Aber ich werde jetzt meinen Bus einfach nochmal klar Schiff machen. Das heißt, ich werde auch innen drin alles aufräumen, weil ich finde, das gehört auch dazu, dass es irgendwie optisch ein bisschen schöner aussieht. Ob ihr da jetzt rauf guckt oder nicht, das ist einfach eine Frage an sich, aber ich mache das gerne. Und ja, dann sehen wir am Ende dieses Videos hoffentlich, ob Oskar TÜV bekommt oder nicht. Und falls Mängel auftauchen, kann ich euch dann mitteilen, worauf ihr das dann achten müsst oder so. Oder vielleicht sind es auch Sachen, die öfter mal auftauchen. Das heißt, es ist auch ein guter Tipp für euch, dass ihr wisst, worauf ihr achten müsst. Also legen wir mal los. Das heißt, es ist auch ein guter Tipp für euch. Das war es jetzt auch schon. Und zwar habe ich jetzt alles hier unten in meinem Keller gelagert. Und übrigens, falls ihr mal Interesse habt und wissen wollt, was ich alles immer dabei habe, gerade in diesen roten Kisten und sowas, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare, gebt einen Daumen nach oben. Wie auch immer, signalisiert mir, dass ihr irgendwie Bock habt, dass ich das mal in einem extra Video vielleicht zeige oder so. So, jetzt geht es auf zum TÜV. Ich bin unterwegs und ich bin mal gespannt. Schauen wir mal. So Leute, ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich freue mich, weil es hat funktioniert. Ich habe jetzt TÜV. Ich sage es bis Mai 2018 alles gesaved. Ja, wir hatten zwei kleine Probleme. Und zwar saß unten ein bisschen was fest. Das ist dieses ALB-Ventil. Wenn ihr das gerne mal irgendwie googeln wollt oder so schauen wollt, ob das bei euch auch vorhanden ist oder vielleicht auch klemmt. Das war ein bisschen fest. Das mussten wir noch schnell beheben. Das war aber auch kein Problem. Dann steht noch als festgestellter Mängel mit drauf. Umweltbelastung, Motoröl, Feucht. Aber das ist jetzt nicht so dramatisch. Also es ist nur, halt, also es ist kein schwerwiegender Mangel. Ja, und ansonsten, was ich noch als Tipp geben möchte, ganz wichtig. Das war nämlich das nächste Ding. Meine Abgasuntersuchung, die war nicht sofort bestanden, weil ich habe ja einen Katalysator drin seit letztem Jahr jetzt. Und da hat sich wohl irgendwie ein bisschen Ruß gebildet, weil ich vielleicht irgendwie zu sparsam fahre. Also, ja, und da scheint irgendwie immer ein bisschen Ruß mit rausgekommen zu sein. Oder was auch immer. Ich kann es nicht ganz genau erklären. Der TÜV-Mensch, der hat mir das erzählt. Und dadurch mussten wir halt dann nochmal eine Runde fahren. Wirklich mit maximaler Drehzahl, wirklich mal ordentlich eine Runde fahren. Das heißt für euch, wenn ihr in Diesel fahrt, gerne bevor ihr zum TÜV fahrt oder so, einmal wirklich richtig rausrotzen das Zeug. Also ein bisschen Gas geben, mal ein bisschen höher Drehzahlen. Also das kann ich nur als Tipp geben, weil bei mir hat es funktioniert. Danach habe ich es einwandfrei bestanden, die Abgasuntersuchung. Und dann war es auch alles top. Ja, und ansonsten, wenn euch das Video gefällt, wisst ihr ja Bescheid. Gebt einen Daumen nach oben. Wenn ihr noch kein Abonnenten seid, gerne abonnieren. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Also haut rein.